Heyho Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Alice Madness Returns. Ja, wir haben ja letztens an dieser Hassstelle stehen geblieben und wir werden jetzt doch mal direkt weitermachen. Diesmal habe ich auch darauf geachtet, dass mein Timer gestellt ist und vor allem richtig gestellt ist, nicht so wie das letzte Mal. Nein, nein. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, wie lange wir jetzt noch brauchen. Ich hasse diese Blubberviecher, warum schieße ich nicht? Danke. Dummer Billig-Controller. Nein, ernsthaft, der Controller war nicht teuer. Ich glaube, das ist nicht mein originaler Xbox-Controller. Oh nee, das schaffe ich nie. Ich habe es geschafft. What? Wieso habe ich das geschafft? Und, 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 was muss ich jetzt machen? Ich habe so keine Ahnung mehr. Ich höre schon wieder eine Nase. Ist die wieder so dämlich? Wow! Die ist irgendwo auf der Seite. Mein Sound ist irgendwie leise. Jetzt ist es besser. Ich liebe es, meine Ohren zu töten. Ich glaube, ich muss hier lang. Das sieht noch was aus. Ih, fui. Okay, danke. Äh, ja. Meine T-Shirts für die Gamescom sind heute angekommen. Das finde ich sehr toll. Das war voll nicht möglich und so. So, ich warte. Okay. Hui. Aber wo ist die... Was? Ich finde das immer so schlimm, wenn man irgendwas hört und man... Aua! Oh, du bist ja feige. Verrecke. Aber wo ist denn die Nase? Ist das wieder unsichtbar? Na ja, egal. Jetzt bin ich eh zu weit weg. Wow! Ruckel, ruckel, luckel. Bestimmt war unten besser gewesen. Na, jetzt ist es zu spät. Ich weiß nicht, warum das Spiel heute so komisch ist. Ich habe vorhin auch mal eine Testaufnahme... Toll! Oh, nee. Ey, eine Testaufnahme gemacht und da ist mir aufgefallen, dass... Also da war das ganz komisch. Da hat... Als ich dann auf Aufnahme gedrückt habe, hat das ganze Spiel angefangen zu ruckeln. Aber dann so übelst. Also wirklich nicht mal so ein bisschen, sondern wirklich extrem. Das war nicht mehr schön. Na, hier. Düm, düm. Ist hier sonst nichts? Man kann es so kaputt machen. Rausguckt man immer irgendwie. Ob das reinkommen ist immer so kompliziert. La, la, la. Na, rausguckt man dann. Aber rein ist kompliziert. Was war es schon? Na toll. So. Und hier sollen jetzt ernsthaft mehrere Teile versteckt sein? Ich sehe hier gar nichts. Och, nee. Ja, tschüss. Aber ohne mich. Ihr könnt alleine gegen euch kämpfen. Vor allem, es hört sich da was... Ach. Ja, okay. Das ist doch wieder so ein komischer, bedrohlicher Verfall. Und Würmer. Das ist der Wurm. Also, diese Wurmer, die hätten jetzt schon wieder mal nicht sein müssen. Die sind nur störend. Und hier ist ähnlich genug Platz zum Kämpfen. Also... Ne Tasse Tee meinten. Lieber schoddy und so. Oh, nee. Ach, nee. Ach, nee. Wow. Wow. Okay. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Gleich ist es tot. Gleich ist es tot. Es ist tot. Zähne. Nur noch 50 Zähnen. Dann können wir wieder in den Schachter hingehen. Danke. Haben es jetzt alle? Schlimms als nein. Aber, 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 wo soll denn hier noch was sein? Jetzt mal so ganz nebenbei. Ich habe doch eigentlich jetzt alles durchgesucht, oder? Oh, nein. Ich weiß ja nicht mal, wo das Rätsel ist. Bestimmt ganz oben. Ich bin so... Ich bin heute schon wieder so planlos irgendwie. Ja, einer fehlt mir noch. Oder sogar zwei. Äh? Was? Warum? Oh, das ist toll. Also, von der Idee her, meine ich. Stehe ja nicht so auf Blut. Das muss blutig sein. Ne, jetzt mal ernsthaft, Leute. Wo muss ich hier hin? Da backt was durch. Aber, aber, ich... Was? Wie? Wo? Warum? Och, nö. Jetzt sagt mir nicht, dass wir jetzt hier festhängen und ich nicht weiß, wie ich an das Ding rankomme. An die anderen. Kann man... Okay, das ist mega mies. Aber ich muss sagen, diese komische Pfeffermüde ist cool. Rette uns. Kann ich hier durch? Alice hat kein Spiegelbild. Och, Mann. Mal sehen. Gib mir Informationen. Oder lass es sein. Ich knall mal hier rein. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Ich bin doch manchmal so blind. Das sieht so verdächtig aus, aber es geht auch nicht. Ach, Mann. Okay, dann... Obwohl. Oben. Links. Da durch. Kann ich hoch? Mann. Mann. Unfair. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich bei Alice mal nicht weiterkomme, weil ich irgendwas nicht finde. Ich überspringe das Rätsel doch wahrscheinlich eh. Also von daher können sie auch sagen, findest du das letzte Teil nicht? Ja, 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 ja. Mann. Hilfe. Wo soll sein das Kackding? Mann. Gib mir Hinweis. Ich fühle mich gerade wie bei Resident Evil. Wo ist denn das? Ich renne jetzt hoch. Dann renne ich wieder runter. Eventuell hier oben. Aber wie soll ich da rankommen? Jetzt mal so nebenbei. Das ist gut blöd gefragt. Ich geh nochmal da durch. Okay, das ergibt vielleicht sogar Sinn. Vielleicht bin ich einfach nur zu... Ja, das war mir nämlich fast schon bewusst. Ich bin einfach nur dumm. Hallo. Wann ist jetzt alle? Ja. Okay. Mein Fehler. Putzerjungen. Das ist sowieso hier. Das muss hier hin. Das muss da hin. Und das Teil hätte in die Mitte gemusst. Ich bin doof. Ich krieg das doch eh nicht hin. Ihr Klöße. Ich hasse es. Ich hasse mein Handy. Darf ich das nochmal von vorne anfangen? Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Aus der nicht wunderhübsch. Dieses Wesen. Des Todes. Hä? Ich hab's verkackt. So. Äh, ich versuch's nochmal. Er hat mir diesmal nicht mal angesagt, dass ich das nochmal probieren darf. Was ist das denn jetzt? Wir fangen diesmal mal anders an. Wir machen das mal. Ich versuche das mal, äh, richtig zu machen. Aber, irgendwie, glaube ich nicht, dass ich das hinkriege, weil ich, wie gesagt, so eine Rätsel nicht hinkriege. Ich bin mit sowas noch nie klargekommen. Jetzt ist das Auge hier doch schon wieder total falsch. Oh! Okay, ich versuch's nochmal. Einmal noch und dann versuch ich das irgendwie zu verspringen. Das geht ja, glaube ich, mit Beendung. Hoffe ich. Obwohl ich... Was ist das hier oben? Ey! Ey! Das könnte ja... Yeah! Boah, bin ich gut. Ich könnte mich gerade schon wieder selber nageln. Beast Baby. Na, die sehen ja auch mal schick aus. Das ist ja eine Assi-Bonante. Och, ne. Und dann gleich immer so viele von denen. Ja, ne. Ist klar. Ja, ne. Ist klar. Kuff. Muss man die so angreifen? Ah, ich glaube, ich weiß, was man machen muss. Okay. Ja, kotz woanders hin. Mischstück. Für Miststück. Aua. Gib mir deine Zähne. Wow. Was macht sie denn da? Hui. So habe ich damals auch immer auf dem Spielplatz gesessen. Geschaukelt auf dem Spielplatz. Nicht... Wow. Das war knapp. Ich warte lieber noch. Und jetzt springe ich hinterher. Nein. Nein. Ach man, sie ist schon wieder nicht richtig gesprungen. Ich habe... Bababababababam. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Moment. Ach, ich bin ja trotzdem da gewesen. Mir sagt das aber auch niemand. Es ist heute schon wieder übrigens total ätzend warm draußen. Ich bleib lieber drin. Ich bleib lieber drin und mach jetzt Plays. Oh nein. Asibonante, geh weg. Dich liebt keiner. Na los. Komm. Ich falle in Depressionen, aber lass mich damit in Ruhe. Das ist mal ernsthaft. Yay. 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 Okay. Und jetzt kriege ich Aggressionen noch mehr, weil da schon wieder so eine komische Assikröte ist. Wieder war ein Käfer drauf vorüber. Ich habe eine Flasche gefunden. Kann man nicht Leute mit der Flasche, also diese Gegner mit den Flaschen mehr werfen? Die sind voll eklig, die Viecher. Also die mag ich nicht. Die will ich nicht mehr ansatzweise mögen. Dafür ist jetzt extra dieser komische Pilz hochgekommen. Ist ja komisch. Ach nee, dafür wahrscheinlich eher. Äh, dafür, ja. Für jeden Zweck gibt es ein Werkzeug. Sogar der unscheinbare Trichter hat seine Aufgabe. Wie soll sonst der Djinn aus dem Fass in die Flasche kommen? Na, du bist eklig, Alter. Du bist nur ein Saufen. Du bist so eine richtige, so richtig, so richtig, so, 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 so. Ja, halt. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich verstehe es nicht. Ich kann doch nicht. Oder kann ich? Ich weiß es nicht. Hier ist ja auch nur eins. Warum ist es ja auch nur eins? Ich bin verwirrt. Es gibt keine zwei. Ach so. Dann sagt mir das doch. Ich gehe mal davon aus, da soll ich nicht rein. Und das ist bestimmt jetzt nur gewesen, um den blöden Zahn einzusammeln. Dreh dich schneller. Aber wo ist denn die Nase jetzt schon wieder? Das ist immer so dumm. Ich glaube, in dem Level habe ich sowieso nur diese, also, das ist jetzt nur eine. Aha. Scheiße. Scheiße. Ich treffe die Nase nicht. Was habe ich jetzt dadurch? Davon. Dadurch. Davon. Oh. Gut. Dann komme ich gleich wieder. Yay. Nein. Yay. Ist das hier richtig? Nee, dadurch. habe ich genommen. Da war ein Pfefferkuchen, Dings. Verdammt. Das habe ich nicht gesehen. Oh nein. Hundula Raum. Irgendwas ist hier gerade in diesem Spiel runtergefallen. Ich glaube, ihr habt jetzt auch gehört, es war unheimlich. Äh. Ja, und jetzt kann ich ja eigentlich wieder auf den selben Weg, wie ich vorhin gekommen bin, zurück, oder? Hui. I'm back again. Ich habe keine Ahnung, wie ich an diesen Hundula Raum rankommen soll. Naja. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.